Ich heiße Mehrdad Mirsepa, ich komme aus dem Iran. Seit fünf Jahren lebe ich in der Schweiz und besitze ich Babasafa Reisebüro. Es gibt viele iranische Touristen, die in der Schweiz reisen möchten, aber iranische Kreditkarten werden in der EU und der Schweiz nicht akzeptiert. Iranische Touristen beherrschen wenig Deutsch, Inglisch und Französisch. Mein Reisebüro Babasafa organisiert all-inklusive Gruppenreisen für iranische Touristen in der Schweiz und hilft ihnen mit Buchungen und Zahlungen. Ich bleibe auch noch immer als Dolmetscher und Reiseführer mit den Gruppen in Anwälsen. Unser Ziel ist nächstes Jahr 300 bis 600 iranische Touristen in der Schweiz bringen und ich suche noch Partner, vor allem schweizer Reisebüro, Hotels und Skischulen. Da ich die Schweizer und vor allem iranische Kultur gut kenne, weiß ich, was Iraner und Iranerinnen sich wünschen, wenn sie in der Schweiz reisen. Deshalb biete ich mit Babasafa un-inklusive Gruppenreisen in der Schweiz für iranische Touristen. Ich bin nicht nur Dolmetscher für Sprache, sondern auch für die Kulturen, Differenzen zwischen Schweiz und Iran. Ich möchte möglichst viele iranische Touristen in der Schweiz bringen.